Sie möchten Ihre Überweisungsvorlagen aus dem alten Online-Banking in das neue Online-Banking übernehmen? Dann gehen Sie im Menü einfach auf Banking und Verträge, wählen den Reiter Vorlagen aus und gehen hier auf Überweisungsvorlagen. Hier erhalten Sie eine Übersicht Ihrer schon vorhandenen Vorlagen. Sie können neue Vorlagen anlegen und Sie können Vorlagen aus dem alten Online-Banking übertragen. Dazu gehen wir einfach auf Vorlagen übertragen. Anschließend erhalten Sie schon eine Übersicht, wie viele Vorlagen aus dem alten E-Banking übernommen werden können. Wir gehen auf Übertragung starten und schon sind Ihre alten Vorlagen auch im neuen Online-Banking verfügbar.